Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials! Und für die Autoteile ist die Mister Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Um das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, einen Vorreiniger wird vor dem Ölwechsel eingesetzt und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So machst du deinen Motor frei und beseitigst hartnäckige Rückstände von deinem Motor, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung gemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch des Vorreinigers 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagensicheranhebern anzuschauen. Falls auf dem Kurbelgehäuse eine Plastikabdeckung vorhanden ist, kannst du diese nun entfernen, um zur Ölablassschraube zu gelangen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit einem Ölablassschlüssel und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video Stell deinen Auffangbehälter selbst her an. Da das Öl etwas heiß ist, empfehlen wir dir Handschuhe zu tragen. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Du kannst oberhalb des Motorraums auf den Filter zugreifen. Stell den Auffangbehälter darunter, damit das Öl aus dem Filter nicht verloren geht. Nimm dir eine Ratsche, eine lange Verlängerung und einen 27 mm Einsatz. Löse den Filter, indem du ihn im Gegenuhrzeigersinn drehst, bis dies leicht geht. Schraub ihn schließlich von Hand ab. Dreh den Filter nach oben, sobald du ihn herausgenommen hast, damit das Öl nicht ausläuft. Like dein Video und abonniere dich. Das war wirklich cool. Löse die Filterkartusche vom Flansch, indem du sie mit einem Flachschraubendreher abhebelst. Nimm dir dann einen eher schmalen Flachschraubenzieher, um die O-Ringdichtung unten am Flansch zu entfernen. Reinige den Filterflansch mit einem Bremsenreiniger und Haushaltspapier. Nimm dir einen neuen Filter zur Hand. Ersetze die Dichtung mit jener, die sich in der Verpackung des neuen Filters befindet und öle ihre Oberfläche gut ein. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und schiebe ihn in den Flansch. Es muss am Klicken hörbar sein. Schraub den Filter wieder von Hand an, bis du den Kontakt spürst. Um ihn gut anzuschrauben, nimmst du dir eine Ratsche, eine Verlängerung und einen 27 mm Einsatz. Achtung! Bei dieser Art von Ölfilter kann die neue Dichtung sehr dick sein. Was das Anziehen komplizierter macht, versichere dich darum, dass der Flansch auf dem Ölfiltergehäuse liegt. Du kannst für diesen Vorgang auch einen auf 25 mm eingestellten Drehmomentschlüssel verwenden. Ersetze die Dichtung für die Ölablassschraube durch eine neue und schraube dann die Ölablassmutter wieder an. Zuerst von Hand und schließlich mit einem Schlüssel, aber ohne es zu übertreiben. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schliess den Ölfilverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen, so wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wische ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass er niemals überschritten wird. Passt den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniert dich. cinco von přinesisch in den Ölstand. Amen. Bis zum nächsten Mal. Zum vorne Säk stehen